Und 20 Sekunden Vollgas. Wieder zum Springseil, die zweite Runde. Und eins. Okay, geschafft. Super. Hopp, Tempo. Hopp, hopp, hopp. Gib Gas, komm. Gib Gas. Gib Gas. Und wieder Seilspringen. Vierte Runde. 30 Sekunden. Ihr fixiert immer einen Punkt. Ihr schaut nicht dem Stock hinterher. Und los geht's. Hopp, sechs, hopp, sieben, hopp, acht, neun, zehn. Das Becken nach vorne ziehen in Richtung Bauchnabel. Hier kontakt bleiben. Vor. Jumping Check. Rück. Jumping Check. Das ist gar nicht so einfach, wenn man als Boxer, als Kickboxer links Ausleger ist und dann plötzlich die Übung rechts machen muss. Davon lassen wir uns nicht abhalten. Zweite Runde. Zweiter Satz. Zwölf Wiederholungen. Drei. Komm an sie rein. Zwei. Und der letzte. Sehr schön. Hopp gemacht. Und kommt Leute. 15 Sekunden. Das geben 10. 10. Wackeln, sondern den Körper gedämpft nach unten zu senken, ohne dass er sich bewegt. Vier. Drei. Zwei. Neun. Zehn. Zwei mehr, die letzten zwei. Wechseln nach links. Switch. Hopp. Tief. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Und nochmal nach vorne. Tapezius in der Position ist es auch ein phasischer Muskel, der schnell zur Abschwächung neigt. Und schade es gar nicht, wenn man den mit zwei, drei Übungen mehr trainiert. Und vier. Komm, ein bisschen langsamer, komm. Und zwei. Und drei. Und zwei. Drei. Vier. Drei. Und hoch. Vier. Aktiv zum Körper heran. Fünf Sekunden. Und los geht's. Herunterdrücken. Locker. Und acht. Sieben. Wir öffnen den sogenannten Arm-Rumpf-Winkel. Fertig. Fertig. Und los geht's. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Absetzen. Und langsam nachdehnen. Etwas tiefer, etwas weiter als vorher. Spürt in den Körper hinein. Arbeitet über lange Bewegungsamplituden. Und weniger ist oft mehr. Es liegt an der Qualität der Übungen. Also macht die Übungen sauber und gezielt. Und dann bringt's auch viel mehr. 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 Vielen Dank.